Dardail. Dardail ist die arabische Bezeichnung für eine Gruppe von Engeln. Dardail ist arabisch für Reisende Gottes. Dardail sind Engel, die über die ganze Erde reisen und Menschen aufsuchen, die sich an Gottes Namen erinnern. Dardail, also eine Bezeichnung für eine Gruppe von Engeln, die insbesondere dorthin gehen, wo Menschen sich zusammentun, um Gottes Namen zu wiederholen. Jesus hat auch gesagt, wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da werde ich mitten unter euch sein. Und diese Erfahrung von Gottes Gegenwart, die man spürt, wenn mehrere Menschen zusammen sich an Gott erinnern, Gottes Namen singen und wiederholen, wird verkörpert gesehen unter Dardail oder eigentlich Dardail.